Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was wirst du in dieser neuen Lektion lernen, sind die folgenden Aspekte. Wie bildet man das Partizip 2 der untrennbaren Verben? Wie bildet man Sätze mit untrennbaren Verben im Perfekt? Und wie werden die untrennbaren Verben im Satz gebraucht? Das Partizip 2, oder das Partizip Perfekt genannt, ist die Form des Verbs mit G gemacht. Im Satz, ich habe gekauft, das Wort gekauft, ist das Partizip Perfekt oder das Partizip 2 im Satz. Aber, alle Verben mit den folgenden Präfixen, be, ver, zer, ent, emp, er, miss oder ge, haben im Partizip Perfekt kein G. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017